Nach Bulgarien Die ist komplett verrückt geworden, oder? Habt ihr schon mal an die Einwähmischen gedacht? Ja, nur. Deswegen bauen wir ja einen Wasserkraftwerk. Der Weg jetzt immer einen Anschluss in Miller ansprechen. Ja, genau, genau. Hallo. Kuckuck, Schipone Rot. Äh... Kuckuck. Karmale. Bravo, und zwei. Bravo. Wie gesagt, dass sie mit der Niemöte sind. Das ist gut. Man muss sie nicht mehr wissen, dass sie da sind. Na Rekat. Tschüss. Na Rekat. 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 Die stehen nicht auf Gewalt. Du kannst nicht einfach selbstständig da was abdrehen. Wir haben hier was zu schaffen, was zu erreichen. Wir bringen hier eine Infrastruktur mit drin. Dieser Kollege in dieser Durf große Probleme, meine Freundin. Mein Leben ist manchmal kompliziert. Er hat vollgebracht. Mein Art, hast du eingependelt? Ich bin da mitten in den Norden oder gegeneinander. Mich hält nix zu Hause. Kennst du kein Heimweh? Was ist Heimweh?